Beinahe 1000 Jahre lang glaubte die Welt, sie läge in den Händen des Erbauers. Und nun denken viele, ihr würdet seinen Willen verkünden. Egal, ob das nun stimmt oder nicht, dieser Glaube verleiht euch Macht. Es gibt einen Ort, der auf eine Streitmacht wartet. Ein Ort, an dem die Inquisitionen etwas aufbauen, an dem sie wachsen kann. Ihr werdet euch widersetzen, ihr werdet euch immer widersetzen. Doch es ist bedeutungslos. Das alles ist nur wegen Fanatikern und Diskussionen über die nächste Welt geschenkt. Und was euch angeht, ich werde keinen Rivalen dulden, so unwissend er auch sein mag. Ihr müsst sterben. Zeit, dass wir anfangen, an diese zu glauben. Jeder große Krieg hat seine Helden. Ich bin einfach nur neugierig, welche Art von Held ihr sein werdet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020